Die AfD hat gestern erneut eine Wahl gewonnen und stellt jetzt den ersten Bürgermeister in Deutschland. Die Reaktionen von den anderen Parteien sprechen wirklich Bände, ja sie schäumen vor Wut. Alle Details in diesem Video, los geht's. Am Wochenende wurde in dem Ort Ragun Jesnitz, das ist in Sachsen-Anhalt, ein neuer Bürgermeister gewählt und die AfD hat deutlich gewonnen. Der Landestagsabgeordnete Hannes Loth bekam bei der Stichwahl 51,3% und ist jetzt damit der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister Deutschlands. Und genau wie in der Thüringen-Wahl vor kurzem gab es in der ersten Runde keine eindeutige Mehrheit und deswegen gab es dieses Wochenende eine Stichwahl mit zwei Kandidaten, wo natürlich die anderen Parteien wieder alle zusammengetrommelt haben, um die Brandmauer gegen die böse AfD zu machen. Und die Tagesschau hat wie folgt geschrieben. Erster Wahlgang ohne absolute Mehrheit. Schon Mitte Juni waren die knapp 8000 Wahlberechtigten der Mulde-Stadts-Bürgermeisterwahl aufgerufen. Der bisherige Bürgermeister Bernd Marbach hat das Amt aus gesundheitlichen Gründen im Frühjahr vorzeitig aufgegeben. Damals konnte jedoch keiner der vier angetretenen Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen. Der parteilose Naumann erhielt laut Stadtverwaltung 36,9% und der AfD-Mann Loth 40,7%. Also auch schon damals war der AfD-Mann vorne. Melzer von der CDU bekam übrigens nur knapp 6% und der parteilose Stefan Bergenbusch bekam 17%. Also erneut lief es auf eine Stichwahl hinaus zwischen zwei Kandidaten, wobei der AfD-Mann die Pole-Position hatte, weil er in der ersten Wahl die meisten Stimmen hatte. Und auch hier gab es wieder maximale Entrüstung der alten Parteien und natürlich der öffnen Medien. Man müsste schließlich zusammenhalten, eine Brandmauer gegen rechts errichten und alle anderen Kandidaten unterstützen. Allerdings konnte dieser, wie erneut, völlig amateurhafte Versuch nichts bewirken und die AfD-Lokomotive fährt weiter. Ich hatte ja bereits vor einigen Monaten schon ein Video gesagt, Deutschland ist wie eine Lokomotive. Es braucht einfach ziemlich lange, bis das Ding mal in Gang kommt, aber wenn sie dann einmal fährt, dann ist sie wirklich durch nichts mehr aufzuhalten. Und die deutschen Bürger haben einfach eindeutig genug von der Zerstörungspolitik der alten Parteien. Sie wollen endlich mal wieder Politik, die für das Volk und nicht gegen das Volk gemacht wird. Und genau hier bietet die AfD nun mal viele Lösungen, die viele Wähler wollen. Ende der Kriegsunterstützung, Ende mit der Energiewende, Ende mit der Schuldenpolitik Europas, Ende mit der ungeregelten Migration und nie wieder Freiheitsberaubung, wie zum Beispiel bei Corona. Und all das, meine lieben Zuschauer, sind wirklich Punkte, die für die Bürger interessant sind und nicht irgendwelcher Gender-Mist oder irgendwelche Heizungsverbote. Und direkt nach der Wahl, als der AfD-Politiker mit den eben genannten Punkten halt gewonnen hat, haben natürlich die ganzen Politiker der Altparteien sich gemeldet, haben reagiert und natürlich wieder ihre Verachtung für die Wahl und auch für das Wahlvolk zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel schreibt die SPD-Quotenfrau Safsan-Schebli wie folgt, haben jetzt einen Landrat und Bürgermeister der AfD. Wenn wir weiter so einen Stuss erzählen, wie wir müssen die Wähler abholen oder sind abgehängt, wird es bald nicht mehr nur Landräte und Bürgermeister der AfD gehen, dann werden wir sie überall haben. Okay, also laut SPD-Frau ist das Wähler abholen also Stuss. Und das, meine lieben Zuschauer, zeigt wirklich eindeutig die wahnsinnige und ideologische Verbohrtheit von dieser Frau und auch ihren anderen Politiker-Kollegen. Weil unter Wähler abholen versteht man nämlich, dass man den Wählern die eigene Politik gut erklärt, die Wähler für die eigene Politik begeistert, sodass man dann gewählt wird. Aber Frau Schemli, die findet das einfach Stuss, dass man seine eigene Politik erklärt. Okay, wahrscheinlich orientiert sie sich dann an Außenministerin Baerbock, die ja gesagt hat, dass ihr die eigenen Wähler egal sind. Und klar, wenn einem die eigenen Wähler egal sind, dann muss man seine eigene Politik auch nicht erklären. Oder mit anderen Worten, SPD-Frau Schemli braucht die Politik ihrer Partei nicht zu erklären, weil man sie einfach nicht erklären kann. Du kannst nämlich einfach niemandem erklären, dass wir mit unserer Politik einen Krieg in Europa eskalieren. Du kannst niemandem erklären, dass du die Bürger deines eigenen Landes die Freiheit beraubst. Und du kannst auch niemandem erklären, dass die Politiker mutwillig mit der Energiewende ihr eigenes Land zerstören. Du kannst das einfach nicht erklären, weil es nicht erklärbar ist. Es ist einfach grundlegend falsch. Und diese Aussage von Frau Schemli zeigt einfach, wie arrogant und wie heuchlerisch die Politiker mittlerweile sind. Und es zeigt außerdem auch noch, dass es denen nicht mehr um Themen geht, weil die müssen wir ja nicht erklären, sondern denen geht es nur noch um den Kampf gegen andere Parteien und um ihre Machtgier. Aber nicht nur die Politiker und die Medien sind komplett ausgetickt, sondern auch einige Leute in den sozialen Medien. Ich zeige dir hier mal ein paar Beispiele. Herr Pahn schreibt zum Beispiel, wer rechtsextrem wählt, ist rechtsextrem. Tja, und dazu sage ich nur, es ist völlig egal, wie lange ihr die AfD-Leute diskriminiert und beleidigt, denen ist das mittlerweile vollkommen egal. Die Nazikeule ist einfach abgenutzt, ja, die funktioniert nicht mehr. Und Verwaltungsbarkeit schreibt sogar von einem neuen Hitler. Wow, also das wird ja hier immer extremer, ja. Die werfen den AfD-Wählern Rechtsextremismus vor und werden selber in ihren Aussagen und in ihrem Demokratieverständnis immer extremistischer. Also ich bin wirklich gespannt, ob das noch jemand toppen kann. Und Ultrakär packt wie immer die alte Masche der Wählerbeleidigungen aus. Er schreibt, meine heutige Verachtung geht an die AfD-Wähler von Ragun Jesnitz und danach redet er von den dümmsten Kälbern. Tja, also jetzt haben wir wirklich wieder das ganze Spektakel, wie wir das auch schon zur Thüringen-Wahl hatten. Und jetzt warte ich nur noch auf Frau Faeser und den Verfassungsschutz, dass die nach einer Möglichkeit suchen, wie sie das Ganze wieder verhindern können, rückgängig machen oder die AfD verbieten können. Und natürlich fehlen jetzt auch noch die Nachrichten von den Altparteien, dass dieses Wahlergebnis eine Schande ist und dass man das verhindern muss, indem man mit allen Parteien zusammenarbeiten muss, um eine Brandmauer gegen Recht zu machen. Aber meine lieben Zuschauer, ich erzähle euch mal was. Die Altparteien haben ja immer behauptet, von oben bis unten, dass die AfD nur Mist labert und keine Politik machen kann. Sie sagten, die Wähler wählen die AfD nur aus Protest. Das ist eine Protestpartei gegen alle anderen Parteien. Und jetzt schaut euch aber mal das Wahlergebnis an für diesen Bürgermeister. Der Gegenkandidat von der AfD war parteilos. Er hatte keine Partei. Hier wurde also eindeutig die AfD nicht aus Protest gegen andere Parteien gewählt, weil die anderen Parteien waren gar nicht erst vertreten. Die Menschen haben hier die AfD gewählt, weil sie von ihr und ihrer Politik überzeugt sind. Und damit ist jetzt einfach das nächste Totschlagargument gegen die AfD entzaubert. Man konnte deutlich sehen, das funktioniert nicht mehr. Und auch das ist vollkommener Mist. Und solange die Altparteien solche Politiker wie Frau Safsan-Schäbli in ihren Reihen haben, die meinen, dass die Wähler eben nicht abgeholt werden müssen, solange werden die Altparteien einfach keinen weiteren Blumentopf gewinnen. Man kann sagen, solche Politiker wie Schäbli sind wirklich die beste Wahlkampfhilfe für die AfD. Allein dadurch, dass sie existieren und ihren Mund aufmachen. Und das finde ich schon irgendwie wieder lustig.